Ich habe noch nie etwas gehört davon, muss ich ehrlich gesagt sagen, klingt aber interessant. Vor allem, wenn du eh weißt, wie Journey ist und Upzu und Lifeless Planet und hin und her. Die ganzen kleinen Indie-Spiele. Unravel kommt auch noch auf meinen Kanal, gell? Du kannst dich auch noch freuen, Basi. Aber geil ist das eine wieder, das Lifeless Planet, oder? So super zum Schauen. Nein, ich bin im vierten Teil, wenn man es noch nachhört. Ich hoffe, dass ich mich gerade zu hören werde. Ja, ja. Mir gefällt den besten mein Rage-Stand, wo ich einfach auslöch. Voll, ich will so lachen. Aber was du oft Fetten gehabt hast, wo genau am Abgrund warst, weil ich so lachen werde. Herrlich. Scheiss Schwerkraft, he. Der passt wahr. So, jetzt kann man in die Spiele in den Höhlen, Jungs. Das wird geil. Volkatos, führt meine Hand. So ein Ding, he. So ein Desintegationsstrahl macht über 2000 Schaden. Ist sehr stark. Voll egal. Freizeink, jetzt kommen sehr viele Gegner. Meine Königin, du singt in meinen Ohren. Ist auch so ein Gebiet, wo ich sage, da Oha. Ist ein Scheiß. Jetzt hört sich aus, wenn man da alles absucht eigentlich. Ich mache dich. Machen wir. Machen wir. Bleiben wir halt zusammen, oder? Ja, Moment. Passt. Das sind so Overbauer, aber ich komme nicht auf die Schwierigkeit Meister. Ich bin da jetzt fast weiter, okay? Boah, du kannst dir gerne einen krack so schnell auf das Level. Leveln, und dann hauen wir die schon mit rein. Das ist kein Problem. Und dann haben wir noch Platz. Und dann haben wir noch Platz. Und dann haben wir noch Platz. Bas mit seiner ruhigen Art, der hat uns schon unter Kontrolle. Das sieht auch geil aus, ey. Ja. Aber gleich wie bei... Borderlands. Wollen wir da nicht irgendeinen Überbauern dabei haben. Da was uns dann einfach im Weg fahrschnittst. Wir wollen ja selber auch was tun. Absolut. Oha, starken Gegner. Passt. Boah, ich fahr so bin ich jetzt hin. Machen wir die Scheißding. Das sind ja keine Strahlen, das sind brutal. Kann ich mit einer wiederbeleben? Gibt's das da? Nein, kannst aber eine Leife wiederbeleben machen. Scheiße. Geht noch schnell, gell? Ja, das sind die Dinge, da hast du eh schon gewarnt vor denen. Ja, geile Hosen krieg. Mit Sockel sogar. Ja. Ja, ihr werdet auch irgendwas gesockelt ist. Die Waffen waren gesockelt. Vielleicht könntest du mit dem was umfangen. Ja. Ja. Wenn, dann, hau Spaß. Ich muss halt sagen, weil nachher musst du die einladen. Weil ich habe die Netzwerkeinstellung nur auf Einladung drin. Tauchen die random auf da, die strahlen. Sieht man die davor irgendwie? Ja, zuerst haben sie einen kleinen Punkt und dann kannst du sagen, oh oh, jetzt muss ich weg. Okay. Das andere ist zu stressig. Passt, kein Problem. Gut, Ende Gelände. Nein, wir machen nicht alle frei. Wir stellen uns aber den Stream-Anforderungen und kämpfen im morgigen Tag einfach durch. Da jeden wieder voll. Wir müssen ja immer wieder die Geschichte erzählen, wie du am letzten Tag bei der Gamescom heimgegangen bist. Das war so genial. So ein Traum. Baumliebe erhält eine ganz andere Bedeutung. Ja, die Schnapseln hast du dir selber bestellt, gell? Ja, die war auch so. So genial. Ich glaube, es ist irgendwie gut. Erinnerungen sind mehr wert, als wie alles andere. Genau. Absolut. Das geilste war, dass man mit dem Schlüssel dabei gehabt hat, aber vorlaufen haben müssen. Schön. Sehr schön. Nicht weinen, Basi. Es ist außerdem schon jemand, der was morgen aus der Heizzeitkrieg vorgesehen hat, dass er als jedes Mitglied mitmacht. Den lernst du auch nicht am Samstag können. Der ist mit beim Eiki. Okay. Der Hubi hieß das. Der Hubi Nandor. Der Hubi. Ja, schön, dass er kommt. Oh, ich muss meinen Schrei einiteln. Das ist zwar der da. Aiden, ich habe da einen Bogen für dich. Moment. Jawohl. Unfassbare Einschaltekulisse. Neues Ereignis. Such. Ja, jetzt kommen Gegner. In der Niederhinten ist sogar ein starker Gegner. Okay. Jetzt kommen 100 Gegner und die müssen wir abwählen. Okay. Obwohl Basi bin mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht sicher, was du für eine Szene meinst. Meinst du das Haus, wo wir gewohnt haben? Oder? Ihr habt gegen mich keine Chance. Gute Nacht. Schönen Gruß. Gute Nacht, Carina. Schönen Gruß, Schatze. Gute Nacht. Da sind wir dran vorbeigefahren. Ah, das Schloss meinst du. An dem See, gell. Jungs, ich brauche eine Hilfe, bitte kurz. Hallo, hallo, hallo. Ja. Ja, das ist das Schloss oben am Fernpass. Was ist das? So, ich muss kurz schauen. Ich habe einiges gekriegt. Ups. Eine Waffe ist scheiße. Den nehmen wir natürlich her. Geilen Helm haben wir auch noch. Halt, da habe ich auch noch was gesehen. Halt, da habe ich 299 Vitalität, und ich pro Sekunde 2.400 Leben regeneriere. Oh Mann. Mit Pezos wünscht Carina auch gute Nacht. Danke, danke. Schreibt mir aber so. Das ist ein Pezos. Ein Flechtgürtel. Weg damit. Nein, ich werde jetzt auch mal ein bisschen verwerten. Luki, der Gönnerhafte ist schlafen gegangen. 554 Schaden schon mittlerweile, das ist ja echt, das geht ja dahin. Aber ohne Paragon-Punkter, gell? Nein, 554. Nein, 554. Boah. Okay, nein, 276. Sechs und eine, 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 Du musst, was machst du, was machst du, 428, ja, das geht gut. Geschicklichkeit. Geschicklichkeit. Achso. Stärke habe ich, warte mal. 410 Inten. 410 Inten. Achso, nein, ich habe Geschicklichkeit 428. Stärke 30. Ja, Stärke habe ich auch 30, aber 554 Schaden, du musst echt eine Waffe craften, eben. Das ist, das hat mir so viel gebracht. Okay, dann schauen. Ja, dann craften wir mal, ein in die Stadt, schauen wir mal, ob was herstellen kannst, Schaden. Ja, 500, ohne Paragon-Punkte, gell, Herr Baubauer. Ja, eben, das hat mich gerade sehr beeindruckt, muss ich sagen. So. Das ist nämlich nicht schlecht. Das ist ja Wahnsinn. Auf den Frust habe ich gerne rechnen, wenn es mir mal schlecken. Macht das. Na, das bringt mir gar nichts, der Pum. Und die habe ich gerne, oder? Ja, nur der Gesäden. Ja, und halt auch die Ausrichtung. Craften, natürlich. Ja, ich sollte fragen, ob es das auch beim Craften sein wird, wieso fragt man. Aber es, 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 normal würfelt es ja schon deine Sachen, was du brauchst. Ja, es ist nicht schlecht. Also, da, da, da gehört immer was. Keine Spherlinie. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020